happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle leute geburtstag haben und herzlich willkommen bei reddog gamble ich spiele mal wieder mech arena und habe ich den eigentlich schon punkte kriegt für für wettbewerb ich bin wettbewerb viel spaß ok die erste runde geht los holen go aber erst mit ihnen ja zack 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 laufen wir rüber ich habe der schuss mehr habe ich gar nicht nachgeladen mensch los let's go okay haben wir nachladen zack weiter geht es trüm ist einer ob er auf den klopf gedrückt schnell weiter laufen nach so erst mal beschützt sie näher 9 zu 10 ok ich nehme mir zu den ja schütze ich mich selber heid nicht die anderen naja natürlich ganz schnell den kann ich vergessen wieder den hier ja Das war's. Die schießen auf mich. Okay. Nein. Schon wieder verloren. was mache ich da falsch also der ist noch am besten weil dadurch kann ich auch die anderen schützen und die runde 3 ich hoffe es läuft jetzt besser wirklich auch down okay ich war zum nächsten charakter was das charakter zum nächsten mensch okay verlinkt was zum nächsten zum nächsten außer zudem sieben zu zwölf alter nee ey das gibt's doch nicht lasst mich durch hier ihr könnt alle nicht spielen babyboyt ist k.i ok ja was soll ich denn da machen da stehen drei bots ok mein sniper mein sniper bot oh das ist kdopf ja rache rache ist blutwurst nein sieg 1 1 mal wieder mit denen hier an ich bleib diesmal bei denen rennt auch nicht so weit vor ja nach vorne laufen gut aber nicht so weit nach vorne ja andere seite sind die jetzt ah die ränder auch mit in den schuss rein ok down jawohl munition ist leer was heißt leer strahl überhitzt herr auch schon wieder und wieder verloren jetzt muss ich mal kurz gucken war das alles kein ist die ich hatte oder also als gegner dich nicht locker ist das ist eines spielers ich glaube das kann ich k communicated als gegner glaube ich bei mir war das auch nur caas also ich als spieler doch ich glaube das sind auch alles kais egal lief schlecht die nächste runde wird besser hoffentlich ist gleich okay und die letzte runde ich hab ja mein licht gar nicht richtig und sieht mich ja gar nicht richtig so ich gehe wieder rechts lang und free fire schickt mir doch keine nachricht wenn ich hier spiele ja 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 gut Nein! Mh Mh Einmal jetzt den hier! Zack! 2 1 Naja! Ich habe ja fast geschafft! Witz! Ja! 2 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 2-2 bislang es wird wieder eine spannende runde ich habe ich zack da und da und zu b ja was hat die flam naja haben wir nicht mal wieder jetzt mal den haben wir auch noch nicht gespielt das sollte schon noch nicht in der runde ok es gibt noch eine dritte runde let's go er kann die minen durch mein kraftfeld schießen das ist ja auch scheiße ich dachte da geht gar nichts durch da ist die mine super man muss da durchlaufen ja sonst verschwindet die nicht da lang da ist die mine ja jetzt jetzt sind sie sauer ja 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 Das ist ja schon schade. Na gut, in der Magistania. Okay, ist sowieso vorbei. Schon wieder verloren. Was soll ich Ihnen dazu sagen? Nächstes Mal habe ich einen Spieler gehabt. Auf jeden Fall einen Spieler. Weil ich kenne keine NPCs mit der kyrillischen Schrift. Oh, ich fand das war das schlechteste. Peinlich. Eieiei. Eieieiei. Minus 45 Punkte. Na gut, okay. Dann war es das für heute. Ich sage Ihnen Dankeschön für's Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn Sie noch ein nächstes Mal wiedersehen. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß. Und dort wiedersehen. Tschüss